Nein! Ich hab in die Wand geschossen. Alter, nein, nein, ich bin schon wieder tot. Ich hab keinen Plan, wo hier Leute sind. Ich hab keine Ahnung, wo der Weg da sind. Ich werde ab und zu hinten geschossen. Raus mit meinen Teamkameraden raus. WTF? Ich hab den rausgeschossen. Was ist das? Why are you running? Why are you running? Ich hab den genifet und der hat mich mit einer Granate gekillt. Es sind drei Leute die gerade auf. Ich erkenne die halt gar nicht und ich geh mal raus. Ich schieße nicht von wo die schießen. Ich sehe die Raketen kommen, aber ich weiß nicht wo die stehen. Alter, was ist das? 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 Ich bin grad vor nem Shirt. Alter. Alter. Junge, ich glaub das Ding hat... Genau. Ja, du hast beinahe getroffen. Die ist beinahe kaputt. Ich hab jetzt schon wieder von irgendwas dickes in Headshot gekommen. Ich bin tot. Dieses scheiß Sniper. Weißt du wie der mir auf die Eier geht? Das ist immer der gleiche. Wo ist der? Der ist links. Der ist ganz links. Junge, tötet den mal jemand! Es sind zwei sogar. Ich kann auch immer empfehlen das machen. Helft dir verdammt nochmal! Ich bin verletzt! Nein, was? Wir werden einfach. Das ist so klar. Dann ist ja nochmal okay. Qi' nuts! Alter ich sterbe! Was war das jetzt? Das war es. Junge die haben unsere Munitionspacks kaputt Oh nein, wo ist die V1? Oh nein Komm Frau, ich muss die noch ficken Hallo Was weiß ich aber, da war die ganze Zeit in den Squad drin und auf einmal draußen Alter wie tief ist das? Äh 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 Marvin please Ich kann schon bald eine V1 rufen wenns weiter geht Ich hab schon wieder den Bug, dass die Granate... Ich hör oder was? Ich hab ein HP Tschüss Welt Tschüss Hahahaha Daaah Sext Ja Hey Oop Oh nein Ah, ich weiß, wo er ist. Wie viele Hits muss ich denen geben? Dreimal orange und einmal weiß habe ich denen gerade gegeben. Wo ist meine Leiste? Warum ist die bitte draußen? Hä, wo liege ich, Marvin? Du warst doch gerade neben mir, oder? Was ist das? Hä, wie war... Ja, nee, aber wir kaufen sehr oft bei der Carola. Also meine Eltern. Da ist auch einmal ein Typ, wo Bus fahren wollte, bei der hingegangen. Weil der wurde an die falsche Haltestelle geschickt. Der wollte irgendwie... Der hat einen Bus gerufen, ist aber an die falsche Haltestelle gegangen. Oh, shit, das ist nice. Ich... Geh... Alter, ich... Ich hab... Oh, ich stehe direkt da... Oh, ich hab jemanden mit einer Granate gekillt, nice. Alter... Das Ding ist explodiert. V1. Oh, v1. Oh, shit. Wir haben es aber überlebt. Kann es sein, dass in der Hälfte unserer Fanta keine Leute drinnen sind? Ja. Kann es sein, dass in der Hälfte unserer Fanta keine Leute sind, Alter? Ja, ist das Schrechtholder in der Hälfte drinnen? Dann geh ich nicht rein. Ey! Seid ihr Puls in den oder so? Ich kann da nicht... Doch, ich kann da nicht... Daniel, komm rein! In der Schrechthold. Ah, ich hab... Kannst du reparieren, Daniel? Äh, nein. Ich muss reparieren. Der, der lebt da immer noch, das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich hab's vorhin, Alter. Was? Zerstört euch, dass alle die Türen vor vielleicht drei Familien, die hier sind, drei Hausle... Klar, ich verstehe mich, die größte Pause. Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ja, ich hab's nicht... Ja, ich hab's nicht... Warten Sie Jetzt gehts weiter Ich zeig das, ich hab den Bock Mann Oh, ich höre schon Level 2 Nice Ich heil dich gerade Bist du blöd? Ich heil dich gerade Ja, bleib Ich bin Gott, wie langsam die Mundo sich bewegt Ach Gott, verdammt Ja, meine Anti-Tank-Crenade sind Explodiert die Ultrahebbar Obwohl ich Warum kann man den Punkt eigentlich verlieren Wenn man noch drauf steht Das ist nicht so Es ist wieder smart mich mit in Steam anzuschreiben Egal wer das auch wieder macht Ich hab's gesehen in dem Ding Ich hab's gesehen Wollt was knete gebaut Geht was knete? Wollt Wollt Sieht gut aus Schüsse 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 Ich bin wieder tot Da liegt noch immer ein Typ im Haus Ich bin wieder tot Hallo Sanitator Ich steu Wie du denn mit der Herr rennst Mann Schüsse Vor allem geht der San Andreas das Gebiet erobern Mega geil Was mit den Sprays war cool Aber wir waren so viele Sachen zum Erleben Wir haben halt auch immer Splitscreen zusammen an der Playstation List gespielt Mein Cousin hat das nicht geglaubt, der hat das ja für die PS4 Da haben wir das gespielt Das geht jetzt immer noch Ich weiß, wir hätten das nicht geglaubt Ich so nein, erzähl dir keinen Scheiß